So, heute gibt es mal ein kurzes Einführungsvideo zu den Polyarchistifes, die ich seit kurzem meinen eigenen nennen darf. Ich habe hier ein schönes Formicarium gebaut aus dem alten Aquarium, 30x30x50 war das glaube ich. Für mehr Bilder, also bau-technisch, wie es entstanden ist, Entstehungsbilder, genau das habe ich gesucht. Auf Instagram vorbeigucken, auf meinem Instagram-Profil, da sind so ein paar einzelne Bilder, was wir da gebaut haben. Freundin hat mitgeholfen, sehr gut, hat alles einwandfrei funktioniert. Ich habe jetzt unten den Lehm-Boden reingemacht, Lehm-Sand-Gemisch, habe da gleich ein Heizkabel, also ich habe zwei Löcher hinten reingebohrt. Gucken wir uns mal kurz an, sieht man das? Einmal das graue rechts, hier sieht man es, und einmal das schwarze hier, das ist der Sensor. Für die Heizung, ein 15-Watt-Kabel, definitiv zu wenig, war definitiv zu wenig, die brauchen sie relativ warm, und die stehen auf warm. Deshalb, wir haben jetzt hier 25 Lufttemperatur, der Boden ist um die 31. Ich habe jetzt da nochmal eine Matte drunter, sieht man hier, da ist sie, und das Heizkabel mit angeschlossen. Das heißt, die Matte 35-Watt-Heizkabel, 15-Watt, sind jetzt also nach Adam Riese 50-Watt, richtig? Ja, 35, ja. Ich, schon ein bisschen später am Abend, müsst verzeihen. Ich habe dann in der Mitte so ein bisschen, so ein kleines Nest vorgebaut, habe gedacht, die Polyarchistiefes sind ja so eine Art Weberameisen, keine richtigen, aber wir nutzen auch ihre Larven, um ihre Nester zu verweben, um Nester zu weben. Ich habe dann hier, unser Fressnapf hatte Ausverkauf, die haben die Aquariumabteilung geschlossen, und habe mir dann relativ günstig ein paar schöne Teile sichern können, diese Wurzel hier, beziehungsweise das Holzstückchen, und die einzelnen Stängel, die da für das Nest gebaut, für den Nestbau benutzt habe, waren dabei auch noch ein, zwei, drei schöne Steine, die werden aber für das nächste Formicarium dann benutzt werden, das kommt da nicht mehr rein. Ich habe mir jetzt überlegt, da sie nicht in dieses herrliche, von mir vorbereitete Nest irgendwie, ja, nicht das benutzen wollen, sondern jetzt da angefangen haben, wir zoomen mal etwas rein, hier vorne mit dem, ich habe hier ein bisschen so, ich sage schnell, Hamsterstreu, so Holz reingetan, dass sie ein bisschen was zum Bauen haben, das haben sie jetzt vorne in die Röhre mit reingebaut, ja, können sie ja machen, kein Problem, habe ich jetzt auch noch keine Schwierigkeiten, ich bin aber überlegen, ob ich nicht ein Stück, ein halbes Stück Holz nehme, also ein halbes Stück Stamm von einem Obstbaum oder sowas, das ein bisschen aushöhle und dann hier unten an die Seite mit der flachen Seite praktisch zum Zuckel zum Glas hin und das da befestige, da ist sie da vielleicht dann drin, da kann man von außen auch ein bisschen reingucken, ich habe noch ein bisschen Statikfolie, die kann man dann anbringen und je nachdem, wie man möchte, dann von außen mal kurz reinschauen. Sind auch noch nicht lang da, ich habe die mit 50 bzw. 50 bis 150 Tieren gekauft, waren leider ein bisschen mehr Tote dabei, als ich gehofft hatte, die haben sie dann noch alle aus der Röhre rausgetragen, es waren mindestens 20, 30 Stück, wo da in dem Reagenzglas verstorben sind, ein bisschen schade, aber gut, nicht schlimm, es sind noch genug da, also wenn ich hier Futter rein, dann, das zeige ich auch mal, aber da sind auch Bilder und kurze Videos auf Instagram von der Fütterung, da schlagen sie dann schon ordentlich zu und da kommen dann auch einige, sind dann auch einige am Fressen, also sind noch genug da, da läuft gerade eine, kann ich die scharf kriegen irgendwie, ne, ja klar, warum auch, so, Tränke habe ich reingemacht, ganz normale Vogeltränke, einen kleinen Thermometer habe ich dran, dass ich ungefähr hier, so, 24, das mir hier weh ist ein bisschen, der ist ein bisschen blöd da, aber es sollte eigentlich, ja, fast 25 Grad, vor allem war es auch schon 25, das ist okay, die Heizung, beziehungsweise die Mathe ist gesteuert, wie gesagt, über den Sensor, ich habe einen Fühler, da ist er runtergefallen, haha, Ausbruchschutz ist bei den Tieren anscheinend ziemlich wichtig, ich habe das auch schon gemerkt, also die wollen schon, aber noch ist das Formicarum auch groß genug, die Heizung ist gesteuert, gehen wir uns hier mal angucken kurz, Sonoffsteuerung, das rechte ist schlicht, das linke ist Temperatur, da gehen dann über zwei, diese zwei Heiz, einmal die Matte, einmal das graue Kabel, das ist diese Heizkabel, Heizkabel, genau, und das kann man dann über das Telefon, über das Handy praktisch einstellen, zwischen 30, ne, doch, zwischen 30 und 31 habe ich glaube eingestellt, davon gibt es auch ein Bild auf Instagram, also Instagram sind relativ viele Bilder jetzt auch über die Diffes, Polyharchis, die ich hochgeladen habe, könnt ihr mal vorbeigucken, wenn ihr wollt, ich glaube, der Link müsste in meiner Infobox stehen, zur Not auf meinem Profil, auf jeden Fall, sonst einfach suchen nach Einschwabe, bin ich da genauso wie hier, so, so viel dazu, ein bisschen Grünzeug habe ich drin, das ist eine echte Pflanze, also ist jetzt keine, keine Kunststoff, obwohl ich vielleicht dazu tendiere, da nochmal ein bisschen mehr Farbe vielleicht reinzubringen, wenn ihr Ideen habt oder sowas, was ich da noch machen könnte, dürft ihr es gerne in die Kommentare schreiben, muss aber nicht, also mir wird da auch irgendwas einfallen, das ist schon mal ein bisschen von mir, bei mir ist das ein bisschen inspirationsabhängig, ich habe da plötzlich eine Idee und dann passt es eigentlich auch, das gefällt mir dann meistens, also das da hinten ist ein bisschen, ja, das war jetzt einfach so, dass ein bisschen Grün drin ist und die Ameisen mögen es, die krabbeln auch ständig drauf rum, wenn ich die von oben gieße, dann strömt da erstmal eine Menge an Ameisen aus den ganzen Zwischenräumen der Blätter raus, weiß nicht, was die da immer machen, keine Ahnung, aber ja. Ganz interessant, diese Polyarches tragen ihre Toten relativ lang und relativ oft durch die Gegend, ich weiß nicht, woran das liegt, aber auch nicht nur ihre Toten, sondern auch teilweise die Mehlwurmstücke, die da noch übrig sind, tragen sie gern durch die Gegend und natürlich ihre Larven zum Weben, mögen relativ viel Sonne, viel Wärme, dazu natürlich aber auch genügend Wasser, müsste ich demnächst auch wieder auffüllen, und sind so eigentlich relativ aktiv, wo ich jetzt am Anfang nur das Heizkabel drin hatte, war nicht so viel, nein, nein, die sehen wunderschön aus, die Ameisen sind wirklich, wirklich wunderschön, ich habe selten so schöne Ameisen gesehen, wo war ich stehen geblieben? Ja, am Anfang war es ein bisschen wenig mit dem Heizkabel, da waren sie nicht ganz so aktiv, kaum hatte ich die Matte drunter, 31 Grad eingestellt, ging es los, also, die sind sehr wärmebedürftig, die sind jetzt auch aus Asien, und ihr habt vorhin den Aufkleber wahrscheinlich schon gesehen, von da, wo ich es bestellt habe, das sind asiatische, das heißt also, die brauchen keine Diapause, also keine Winterruhe, die kann ich also praktisch das ganze Jahr mit der Heizmatze über stehen lassen, was ich sehr gut finde, ich werde die restlichen Ameisen, ich werde nicht mehr viel behalten, ich habe noch welche zu vergeben, wenn ihr wollt, dürft ihr mir gerne schreiben, Solenopsis Fugax, Lasius Bruneus und Lasius Niger habe ich noch abzugeben, wer möchte, einfach in die Kommentare oder mir eine E-Mail schreiben, E-Mail steht natürlich auch in der Infobox, ich werde mich, ich habe jetzt drei Arten, die keine Winterruhe brauchen, und habe dann noch drei normale Arten, der Rest will ich eigentlich abgeben, weil sonst wird es im Winter echt langweilig, und ich weiß nicht, ich habe eigentlich auch im Winter gerne, meine Ameisen so zu beobachten, und diese Art hier zu beobachten, da läuft wieder einer mit einer Leiche rum, jetzt komm, scharf, Telefon, diese Art zu beobachten ist echt faszinierend, und die sind so schön, ich finde sie wirklich wunderschön, da gibt es, ja andere natürlich auch, das ist jetzt nicht das, aber die ist echt, diese goldene Streifen hinten am Gaster, da sieht man es gerade Silber, Gold, ich sehe es Gold, hier seht es vielleicht ein bisschen silbriger, echt sehr hübsch, also, ja, naja, ja, 10 Minuten schon um, sehen wir mal, also es sind auch wirklich aktiv, bei höheren Temperaturen, mega gut, gibt es immer was zum gucken eigentlich, Fütterung ist besonders schön, ich habe wie gesagt, das Video gibt es auf Instagram, so ein kurzes und ein paar Bilder dazu, deswegen gerne mal bei mir vorbeigucken, da sieht man es mal, da ist nochmal eine, ja, zack, Ecke, naja, bei Fragen, Anregungen oder sonst was, dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben, ich wünsche euch einen schönen Abend, ciao, euer Schwabe, und dann,